300% mehr Leuchtkraft als LED für dein Fahrzeug, inklusive TÜV-Zulassung, ab sofort bei uns erhältlich. Hi, ich bin Annalena vom Autolampensalon, deinem Partner für TÜV-zugelassene LEDs. Die zweite Generation der beliebten Philips Ultimum Pro 6000 Boost ist ab sofort auf dem Markt. Was ist neu im Gegensatz zum Vorgänger? 300% helleres Licht, kaltweiß mit 5800 Kelvin und bis zu 5 Jahre Garantie. Erhältlich als H4 und H7. Durch das kompaktere Design wurde die Liste der zugelassenen Fahrzeuge um 20 Modelle erweitert und weitere werden folgen. Du willst wissen, ob die neue LED für dein Fahrzeug zugelassen ist? Dann klick den Link in unserer Bio, dort findest du die aktuelle Fahrzeugliste. Das ist wichtig, dass wir im Gehalt Karteern ausfült haben. Es geht nicht um 3.5 bis zu 5 Jahre Garantie. Also geht es um 5-4 Jahren. Hier ist es wichtig, dass wir aus der Rallygüchterung im Gesundheitskartenh�리are. Vielen Dank.